Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn, ey! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden.